Säugetiere. Haben wir uns drauf vorbereitet. Ich weiß nur ein Tier. Nashorn. Und damit herzlich willkommen! Wir haben erfolgreiche YouTube-Formate von anderen Bundesligisten geklaut. Und los geht's mit... Wer kennt mehr? Patrick Bus. Dennis Dahmen. Sebastian Papalia. Finn Lanser. Kim Lemperle. Yusuf Örnek. Maiko Sponsel. Bilal Xiova. Daniel Adamczyk. Vincent Fritzheim. Batuan Özden. Jakob Jansen. Jonas Jansen. Jan Thienban. Marlon Obutz. Kroni. Ares Aykan. Kroni. Drei. Zwei. Eins. Joshua Schwirten. Florian Wirtz. Boah, der hat euch alles gehört. Maiko Sponsel. Hab ich schon gesagt. Ehrlich? Ja. 1-0. Ehrlich? Ja. Wow. Der hat noch gefielt. Wow. Der hat noch gefielt? Ich glaube keiner. Cristiano Ronaldo. Neu Hellen Messi. Luca Modric. Oh. Ähm. Kevin De Bruyne. Scheiße. Wer? Sag mal noch ein paar. Ronaldinho. Zinedine Sibaschi. Ja, okay. Lothar Matthäus. Robert Lewandowski. Vor meiner Zeit. Robert Lewandowski. Ähm. Mazedonien. Türkei. Deutschland. England. Frankreich. Italien. Spanien. Schweiz. Dänemark. Russland. Schweden. Portugal. Ähm. Finnland. Scheiße. Österreich. Wales. Ungarn. 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 2-1. 2-1. Karlsruhe. Scheiße. Ey, genau das wollte ich sagen. Was soll ich jetzt sagen? Krefeld. Ähm. Keine Ahnung. Ach, in Kiel. In Kiel. Aber es gibt nicht mehr viele, ne? Koblenz. Hättest du draufgekommen müssen? Timo Horn. 1. 2. Benno Schmidt. 29. Jan Thielmann. 3. Noah Katerbach. 7. Team Deo. 4. Timo Hübers. 5. Rafa Zischos. 6. Sadi Özcan. 9. Sebastian Andersen. 13. 13. Marc Uth. 14. Jonas Hector. 30. Marvin Obos. Ähm. 32. Meiko Sponse. 38. Jens Castro. 26. Tim Lempel. 25. Falsch. Ähm. Glückwunsch, Marvin. Glückwunsch. Ja, eigentlich waren es ja leichte Aufgaben, aber irgendwie war es trotzdem ein bisschen schwer. Einfache Fehler habe ich gemacht.